HSV ist wie meine Frau, yo, yo, HSV, oh mein... Was denn? Untere Klasse? Oder was? Unterste Klasse und jeder ist seit 50 Jahren dabei, oder was? Meine Frau ist ein Dino, yo. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Very short. Inspector in shorter. Very shorter. Wer ist wieder da? Inspector Gadget, wer da eine heiße Spur? Ah, 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 ah. Uh, uh, ah, 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 ah. Boah, ich halte Hassen schade. Inspector Bergmann. Oh, Alter, ihr seid so fällig. Ich kriege ja echt so viele. Hat doch nicht einen Fall gelöst, Inspector Bergmann. Inspector Bergmann. Wer da eine schwule Spur? Ah, 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 ah. Hat eine Spur in der Kackrizen. Inspector Bergmann. Ah, 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 ich hab glaube ich schon der erste Teil von dem neuen Hit, von dem ESC-Sieger-Hit. Inspector Bergmann. Wie hat's verkackt? Wie der Kommissar von Falco, ne? Ah, 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 ah. Wenn nichts dabei erwähnt, ihr euch erzählt, ihr die Geschichte. Sie rappen, hin, sie rappen, her, dass ich ein Kotzer an die Went. Ah, 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 ah. Nein. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. in die Aufnahme ein. Ich wollte eigentlich noch die Schokolade holen, aber die Strecke ist gerade so einfach. Da hätte ich mal wieder eine Chance, ernsthafte Valvorik anzugreifen. Du hast gerade ernsthaft gesagt, oder? Scherzhaft wäre besser. Er hat ernsthaft ernsthaft gesagt. Inspektor Bergmann! Ja, fall mal an die Noten erstmal da. Inspektor Bergmann! Schon besser. Damit kann man arbeiten. Schon besser. Kennen die Platz der Schädel. Sehr gut. Ja, perfekt. Boah, langsam. So, nur noch die Kische oben drauf packen. HSV! HSV! Ja, genau. Kannst du das auch? Kannst du das auch in deinen Rap packen? Beisler? In HSV? Yo, yo. HSV, yo. Yo, yo. HSV. HSV ist wie meine Frau. HSV ist wie meine Frau. Yo, yo. HSV. Mein... Was denn? Untere Klasse? Oder was? Unterste Klasse und jeder seit 50 Jahren dabei, oder was? Meine Frau ist ein Dino, yo. Ein was? Ein Dino. Ein Dino. Bundesliga-Dino. Dino der Liga. Ach, verstehst du doch gar nichts, ey. Auf dieser Welt kann man auch nichts mehr verstehen. Ich habe ja mal in meinem Geschäft gearbeitet, da war der HSV auch mal schlecht. Dann haben wir immer gesungen, HSV ist schlechter als meine Frau. HSV ist schlechter als... Also Freiburg muss echt eine interessante Stadt sein, da muss jedermal hin, also Urlaubsdestination Nummer 1. Ah ja. Da werde ich dir irgendwann den Song Contest ausrichten in Freiburg. Irgendwann. Den eigenen, ja. Den Beisler Contest. Beisler. Beisler. Beisler Song Contest. In Freiburg-Stadion, ja. In der Rothaus-Arena. Ihhh. Die Rothaus-Dorfpuff. Ja, genau. In der Schlüpperstürmer-Arena. Zu Indianer-Zeiten hat es noch die Rothaus-Arena gegessen. Weil es noch eine Jungfrau in der Stadt gab, war es die... Ja, egal. Sag es ruhig, Kenny. Nein. Die Jungfrau-Haut-Arena. Die Jungfrau-Dorf-Arena. Die Jungfrau-Haut-Arena. Ihr fahrt alle falsch rum. Inspektor Bergmann. Aber stimmt, jetzt... Jetzt fängt es bei mir mit den Kopfschmerzen auch langsam an. Wo ist der Kenny? Ich sehe den Kenny nicht. Wo ist der Kenny? Okay, ich habe mich dabei. Schade. Der Walvorik. Ich muss mal meine Schokolade holen. Ich habe meine gleich aufhersen. Anno, wo bist du? Er hat schon Kopfschmerzen. Ja, ich bin auch schon raus. Und heute Abend habe ich Kopf. Ich habe Kopf. Ja, wenn er weiterredet kriegt, ich gehe auch wieder wölkchen. Ach du Scheiß. Da haben wir eben dann alle zusammengeräten. Was denn? Wenn ich gerade mal weg, gleich kommen sie wieder. Ich dachte eigentlich, hätte man wohl mal Traps ausgemacht. Jetzt habe ich hier 21-Jährige-Arbeit aufgenommen. Alter, Alter. Zum Glück lasst ich nicht mitlaufen. Denn deswegen will mein Computer auch irgendwann. Hey, ich verabscheue mich mal. Ich dich auch. Wieso kriege ich immer dieselben Antworten? Vergess nicht, hat nur einer gesagt. Die anderen haben es nicht gesagt. Ja, das war glaube ich kollektiv. Naja. Bis dann. Ciao. 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 Hau rein. Ciao, Arno. Stelle. Jetzt sieht man so, wie er unser Arno aus der Freundesliste rauskickt. Jeden eins, was er da erinnert. Du sollst hier auf YouTube einen neuen Account. Und schon wieder. Geil wäre, wenn du das so bei Skype machst und dann so den Grund angehen müsstest, damit der andere weiß, warum. Grund, ihr wisst schon. Dinge. Dinge. Wegen diesen Dingen. Wegen Inge. Grund ist Inge. Genau. Ich gehe mal aus, ich weiß noch nicht, ob zum Kotzen oder zum Fissen. Oder beide. Beides schon. Beides. Beides. Jetzt habe ich sie, habe ich sie, habe ich sie, habe ich sie. Scheiße. Nein, 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 nein. Kurzzeitig den Joker abgehängt. Aber ich bin dran, die Strecke bietet mir Möglichkeiten. Hast du die Schokolade schon geholt? Nein, nein, die Strecke ist mir gerade zu einfach. Jetzt kommen die ganze kurze Strecke. Ich hätte mal vorher holen sollen, wo die Scheißstrecke kommen. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich dachte, du hast sie gerade schon, bevor wir die Strecke angefangen haben. Hattest du auch schon gesagt. Nein, das ist so schnell, geht das nicht. Da steht man einfach auf und dann geht, Mann. Da wartet man hier extra auf die andere Strecke. Nein, ich habe hier gerade eine Chance, eine Valvorik wieder zu fangen auf der Strecke. Da kommt der Kämpferspirit, der Winnerspirit kommt hier wieder vor. Spiritus kommt wieder hier vor. Ich kann es schaffen, den Valvorik zu kriegen. Ja, ich schaffe es. Alles klar. Immer lasst du drauf. Ruf mal den Arzt. Let it flow. Du bist schon unterwegs. Ja. Da knallt ich vor dem Ziel wieder rein bei einer Zeit von 13. Das gibt es doch nicht. Die Chance war so groß. Ich habe noch eine Chance. Eine Chance. Eine Chance. An Chance. An Chance. An Chance. An Chance. Jetzt bin ich fast am Valvorik dran. Ich bin fast dran. Ich muss es noch schaffen. Du Sau. Ich habe noch die Chance. Ich kann es noch schaffen. Jetzt muss ich volles Risiko gehen. Wieder Jamie Green mit der Regenreife. Ach. Ach. Oh, boah. Fuck. Das habe ich gesehen. Ich habe mich wieder voll gegen geknallt. Ja, das geht sich nicht mehr aus. Voll die gute Zeit. Ach. Schade. Wo hast du denn da gerade? Hast du da irgendwie raufgekloppt? Hat sie so angehört. Das eigentlich gerade eben so hochgesprungen. Pff. Pff. Das war ein Versuch wert. Jetzt hol die Schoko. Schokri. 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 Aber nicht Schokri. Ich mache noch andere Sachen vor der Kamera. Nein, keine Schätze. Ohne Witz. Andere Sachen. Okay. Ich freue mich schon. FSCar 23. Aufwärts. Aufwärts, ja. Schlumpfige Sachen. Oh, oh. Na, das möchte ich schon nicht sehen. Also. Mit der Schlumpfenkassette von Kevin. Der Beisler hat die eindeutigen. Da komme ich nochmal zurück und wie. Wie ich dann zurückkomme und brenne ich ein Feuerwerk nieder. Okay. Feuerwerk brenne ich dann nieder. Viel Spaß. Bis gleich. Freiburg wird brennen. Feuerwerk brennen. Ticket to burn. Free burn. Free burn, motherfucker. Wann, motherfucker? Feuerwerk brennen. Wenn wir gehen in der Schweiz. Werde mir der Lied singen. Und gewöhne mir der Songkontest. Ich heiße nur, was du weißt. Die Hardrock-Nummer für die Schweiz. Gibt es mit derer man dann greener Werte? Ja, stimmt. Wenn ich mir so vorstelle, man würde im Hotel mit dem Beisler sein. Und jeder hat sein eigenes Zimmer liegend nebeneinander. Alter. Ich weiß nicht, ob ich da jemand einschlafen könnte. Macht, dass es aufhört. Da würde ich dann auch ganz laut Rise-like-a-Phoenix-Spiele und so sagen. So viel Energie, ey. Oh mein Gott. Oh ja, das könnte ich gerade mal einspielen, während ich Schokolade holen. Oh Gott. War es Energie? Positive Energie? Oder Conchita-Wurst? Das verrate ich jetzt noch nicht. So. Den Rocky Bergmann-Remix. Den habe ich leider noch nicht geschafft, fertig zu machen. Aber ist egal. Inspector Bergmann. Inspector Bergmann. Da kommt er herein. Inspektor Bergmann. Da kommt er rein. Inspektor Bergmann. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn unser geniales Lied? Wo haben wir denn das geniale Lied? Wo ist es denn? Wovon muss ich was haben? Inspektor Bergmann. Nein, muss ich nicht. Ach komm, geteiltes Lied ist halbes Lied. Glaubt mir das, glaubt mir das muss ich nicht. Hatte ich gerade gesagt, dass mit dem Hotel, ich glaube, wenn Kenny neben Beißler ein Hotelzimmer wäre, der würde mit einer Faust die Wand durchschlagen. Und ihn so abzuschlappchen schieben und komme her so wie Huma, das nehmen wir mit Partymachter durch die Wand durch. Und ihn erwürgen. Inspektor Beißler. Die Klappe! Ja, das mache ich jetzt wirklich endlich zu. Ich könnte auch der erste Erfinder sein, der die Armbrust erfindet, der Schelden tötet. Ich könnte auch der erste sein, der das erfindet, um den Beißler zu töten. Geht doch endlich vor! Halt die Klappe! Ich will schlafen, Mami! Gibt's, der ich erstmal gibt's? Rocky Bergmann! 24 Stunden am Stück. Beißler live in Konzert. Nur 24 Stunden. Darunter geht's nicht. Oh my god. Beiß like a phoenix. Zwölfter. Miau! Ja! Geht nicht so schnell. man braucht kein Behindertenheim, wenn man mit euch zusammen in der Skype-Konfi sitzt, ey ja er hat Winkert gesagt ficken, scheiße was hast du gesagt, keine Ahnung wer bist du weiß ich doch nicht mach mich nicht an von der Seite laber mich nicht voll mit der Blödsinn ok oh scheiße das ist ja nicht für eine erste Kurve hoppel, hoppel, hopp so lange macht er heute nicht hoppel, droppel, die hoppel we're so guile im jack sowl Eight everybody is ge Ne, das war die Fotze. Die weitergehen soll. Die Fotze soll weitergehen. Haltleifotze. Haltleifotze. Das klang irgendwie... Wie so'n Türke oder so. Haltleifotze. Hüttefützen. Ist doch hier in der Alt nicht mehr normal. Was ist normal? Es tut mir leid, es tut mir leid Steffi. Weil du noch da bist. Ich bin noch da. Solltest du noch hier sein. Solltest du noch hier sein, tut's mir echt leid. Wieso bist du noch hier? Kein Problem, ich hab die ganze Nacht Zeit, dies wieder zu verkraften. Zum Schlafweinen. Nein, war das ernst? War das echt? Es gibt's hier wirklich? Nein. Und ich bin mit einer von ihnen zusammen. Nein. So in etwa. Und dann auch noch mit dem Schlimmsten, oh Gott. Mit dem Schlimmsten? Warte, Steffi bist mit mir zusammen, wusste ich gar nicht. Nikonihauer. Jetzt stellt euch mal vor. Wir würden uns alle mal im realen auf Ehenhaufen. Ich glaub der hat den Mord und Totschlag. Da kommen wir nicht alle heim. Also auf jeden Fall geht erstmal der Beißler drauf durch Kenny. Das ist schon mal logisch. Gebt eure Witten ab. Last Man Standing. Jetzt kommt doch geiler rückwärtsgeig. Rückwärts durch die Mauer. Wir ziehen dann rückwärts durch die Wand. Genau. Also am Ende so vom Tag alle noch in Süd freundlich gelaunt. Aber alle belauern sich schon. Und wenn alle auf dem Hotelzimmer sind prägt die gerade in eine Ahnung. Wer frühmorgenscheiß in dieses Haus im Hotel kommt, der... Ach, diese lustigen YouTuber-Treffen. Da passiert doch immer was. Boah, dieses verkackte Hackergesindel, ne? Ich krieg die Krise hier. Warten, wohnen. Nimm W3, wo sonst? Tust du dir tatsächlich an? Ja. Aber schon Respekt, dass du da letzten so einfach, ohne dass du kurz davor warst, dass du da raushängen willst. Ach. Ich bin ja meistens dann so bekloppt, dass ich noch weiter spiele. Jan Osprey, natürlich, Alter. Verarsch doch deine Mama, du Penisgeburte. Gut, er ist im Beleidigen nicht besser als wie du. Ne? Ja. Rage-Mode. Obwohl ich gerne mal sage, bevor ich spiele, es tut mir schon mal jetzt leid. Ja. Für alle die beleidigen, die aber vielleicht ja nicht so dran schuld sind. Die sind halt da nur falsch, wenn sie mich gerade mal abschließen, weil andere da die größere... Tut mir leid für alle Randgruppen. Ich habe mich selbst eingeschlossen. Wollte Gott sagen, warum entschuldigst du dich bei dir selber? Ach. 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 Wie mit Anno wäre das dann... Tut mir leid, liebe Randgruppen und Randgrübchen. Steck dir einen Schwanz in der Steckdose und fang an zu pissen, du Fick. Alter, ich kriege dir die Krise. Wie kann man so scheiße sein, ey? In so einem Spiel nur noch hacken, weißt du? Wenn man nichts drauf hat, dann... Oh, Alter. Wie hacken. Mal so einen Cheater erwischen, ne? Ja, schieß. Was? Nein. Ne, B3. Achso. Ja, Wummen, ziehe! Eine Sekunde. Ja, wie bei den Formel 1-Teilen von Codemasters. Die Dreckscheater. Da gäbe es echt so Leute, die glitschen sich ja durch und zerschießen ein Auto und können ohne weiteres weiterfahren. Zerschießen ein Auto? Watt, steil. Wie machen sie erstmal so eine Knarre? Siehst du erstmal... Erstmal MW-2-Sheet. Erstmal die Waffe... Da geht es weiter. Dann schießt du mit Petrovs oder mit... mit... Groß-Jeans oder Kobayashi... Mit Glocks? Oh, mal du mal los. Hey, kennst du meine Glocks schon? Äh, mit Glocks. Man ist so lustig. Also, ich fand ihn gut. Ich konnte... Okay, der hat nur keinen Humor. Wie viel hat's hab ich dafür bezahlt? Nix. Na klar. Na klar. Glaub ich doch. Glaub ich doch. Natürlich doch. Er hat uns in Naturalien bezahlt. Ja. Natur-Sekt. Gute Nacht. Und tschüss. Spacke. Ich halte das nicht mehr aus, ne. Wichser! Wichser! Die Irrenanstalt. Die echte Irrenanstalt ist ein Scheißdreck dagegen. Das stimmt. Ach man, ich weiß auch mal, was das hier links angeht. Und ich... Ich glaub den Gag werde ich in zehn Jahren noch bringen hier auf YouTube. YouTube-Joker! Mit R! Hitler wurde falsch verstanden. Er wollte doch... Nicht Juden. Er wollte... Judo! Einfach nicht. Ver... Ähm... Ist der Beißler mittlerweile ab Hammingen gekommen, oder... Der wird doch nur die Schokolade holen und dann halt was verpassen. Wahrscheinlich heute egal aus der Schweiz. Ja, Irren hat doch nicht vorhin gesagt, das ist nicht so einfach, oder so? Ja, ich kann's mir schon vorstellen, warum... Das ist nicht so einfach. Er muss uns noch mit dem Schokolade nennen. Wir kennen das als K. Ja! Muss noch ein bisschen rumfummeln. Das wird auch so wie Schokolade an. Ich muss noch einen Haufen legen. Ein Heufli? Heufli? Ich esse keine Schokolade, ey. Ein Heufli? Elend? Oh Gott. Oh, der kotzt schon ab, ey. Ich muss hier unbedingt bei mir gleich mal ein Fenster aufmachen, ey. Ey, ist hier so heiß. Ich kann nicht mehr. Wie so hart, hart, hart. Ehhh. Ach ja. Ach ja. Ach ja, das Gras. Ekparma beim Start, wir rückwärts. Yeh! Huiiiii! Ich kann fliegen! Fly like a phoenix! Und Ben! Hey, hier sind so viele Kaktus. Hallo, ich bin ein Heufli, ich bin ein Heufli, ich bin ein Heufli. er kam mir noch unter erflogen Joker, Kahn-Hoopen wie die Sonde über Fujiyama Alter, du bist auch so Fujiyama I'm so bad at this game Mila Superstar und die Kekas, die schaffen es Boah, die Kekas sind bald ne Mann Oh Alter, ihr seid so scheiße Gott ey, du lebst halt keine Auffischung ab Das war Meine Jugend, das war meine Serien, die geguckt habe Das war meine Jugend, du Asch Was hat meine Jugend genommen? Ich nehm dir gleich dein Leben Du hast mir meine Unschuld genommen Oh, ist wieder so kurvig hier die Anze anliegen Hey, wum, wum, wum Der Beister braucht echt lange Ja ne Er ist unser Torschützenkönig und Held Zuckerspacht, wir brauchen den Beißler wieder Scheiß Tricks letzte Kurve Ich hasse dich, letzte Kurve Ich sag nur Tee Ah, mo Na, 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 na Na, na Nee, nee Nee, nee Oh man Ich hoffe, er kriegt ja hier einen Schlag ey Der Bundesjoker Wann dringt der Joker den ersten um? Wenn das Game kommt Because I'm Batman Everything is Joker Nee, 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 nee Nein, es lebt noch immer. Rocky Bergmann, nein. Es kommt, der Beiße. Rocky. Das sollte jetzt heißen Dirty. 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 Rocky dancing. Der Dirty Dancing Queen. Oh, die erste Kurve nach dem Sprung, die ist nur nicht zu nehmen. Ich mag die letzte nicht. Und danach. Puh, schwer. Und zweit ist auch kacke, die dritte eigentlich auch schon, die vierte. Und danach, und danach, alles so kacke. Naja, am Montag machen wir blau, am Dienstag ist, naja. Am Mittwoch heiratet meine Tochter und am Donnerstag, naja. Freitag ist Freitag. Wie war denn am Wochenende, hell, dunkel, hell, dunkel, Montag? What the shit? Der shitty, shitty, bang, bang. Hat sich, war er kurz da, der beißt, dann ist er wieder weg. Das macht mir noch mehr Angst. Versteckt sie doch nicht. Er kann jederzeit wieder kommen. Er ist ja schon der Exa, macht mir eins leise. Buh, mach da gleich. Und wir fallen tot um. Da hat er die Schaft und da gleich. Ein rückwärts-Gag, sie zu knechten. Scheiße. Miaus ist raus aus dem Spiel. Was? Keine Frauen mehr. Äh. Außer Steffi. Ich muss grad sagen, hallo? Nachdem Kenny jetzt raus ist. Das ist der ganze Zeit. Komm, 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 komm. Ach, ich hab die Zeit. Ach, Mist. Ress und ich geh Didi. Ich geh nur Didi. XD. Schön, wenn man die Scheiße ist, oder? Chokka, chokka. Chokka, chokka mit dem Chokka, chokka. Chokka-Bananen. Uh, uh. Kenny ist hochwertig. Hallo, meine Freunde, der mega geilen Unterhaltung. Der schlumpfigen Unterhaltung. Ich will schlumpf'n Cowboy-Fakka ein. Schlumpf'n Cowboy-Fakka. Der Asphalt-Fakka. Man fickt mich im Schlauferloon. Geloth-Fakka. Hui, got out. Geloth-Fakka. Bertha-Motherfakka. Bertha-Motherfakka. Boops. Boah. Der Born-Kan-Kamu-Kamu-Zinn. Klar fast nach Remix. Remix, Remix, Remix. Der Hit-Mix. Der Hit-Mix. Der Hit-Mix. Nein, du Hit-Mix. Oh Gott. Wie der Depri-Remix war. Der Remix mit den meisten Selbstmorden, ey. Ja. und machen einen Sänger von Beislau Joker Lippen verlasst Minden eine Lippe verbläst ich lieber noch im Beislau zu Schm vielen Dank so sollte es sein das ist die größte Ehre für mich das ist das ich sehe wie er nur du nicht mag ne dass du den Beislau mir vorziehst also ne ne den Beislau den kann ich echt nicht leihen den Typ der Egoni wenn der immer so komisch singt mit dem Geiger André Höhe der verzaubert mich immer mit seiner Musik ich kann auch machen dass die Luft stinkt das ist voll die Deprimusik und wenn du willst dass ich mich ritz dann erzähl ich dir einen Witz und wenn du willst dass dein Leben verbläst und wie du glaubst um Gott dann bring ich dich um bring ich dich zum Schafott aus nicht die Gegend immer noch MW3 gerade habe ich mich mal hingechillt hier und Kenny ist müde der Kenny wie schlafen der Kenny haut dir mal irgendwann auf die Fresse der Rest des Lebens im Koma im Räustuhl den Bergabend 7 er warst du so wieder auf und Barm steht da schon wieder neben mir Klatschlein die nächste ich hab auf dich gewartet schiebten und er dann Oh! Yippie-Jay! Yippie-Jay und Yippie-Jay. Ich glaube nicht an kleine grüne Kennys. Der Zauberkenni ist... Vieralala, vieralala, vieralala. Ja, deswegen habe ich mich auch Joker genannt. Irgendeine Tassenfrecker. Hätte ich dir auch so sagen können. Ich wollte es ja nur mal so erwähnen, falls die Leute... Dafür musst du keinen Doktortitel haben. Ich wollte es ja nur mal für die Leute sagen, die dir das Video angucken, wenn es so beibeutet. Das guckt keiner. Ja, aber falls doch irgendeiner macht. Das ist doch jemand, der Beamte. Danke! Das haben wir selber. Schön, dass ihr keine anderen Träume und Wünsche in eurem Leben habt. Außer Dragon Mania habe ich immer so gucken, wo irgendwelche halb-irren irgendwelchen Schwachsinn erzählen. Und kennt ihr den Anführer? Nein, ich! Ihr kennt euch nicht aus mit Anführer. Und jetzt bei dir von ihr... Ich will Anführer spielen! Aber ihr ösig sein. Nach Arkinien oder Schiele oder Wohinien. Ich glaube, ich schiele. Die? Ey, komm doch mal gleich wieder. Ja. Sicher? Ja. Sicher. Ja. Ja.